einen wunderschönen guten hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge tbp drivelos big pack und ja ich war ein bisschen weinern und habe jetzt auch gesehen dass hier ein bisschen wenig ausgeleuchtet ist und ja gut die fackeln hier auf dem boden die sind zwar ganz nützlich aber ich möchte euch noch einen kleinen trick zeigen oder die nämlich mal jedoch geht geht so ich habe jetzt hier mal alles soweit ausgeleuchtet damit es auch gut aussieht also dass hier eben auch alles ausgeleuchtet ist so ziemlich die immer weg und wenn jetzt trick 17 an und zwar mache ich jetzt da draus ein paar ein paar cover so acht stück so setze hier eine torch rein und zwar eine minecraft torch und dann hier sagt ein cover drüber fertig so wunderbar jetzt können wir nämlich hier die ganzen fackeln austauschen bzw warte mal hier können wir das gleich noch machen ich habe und den da das ist nämlich trick 17 dass man hier die fackeln unsichtbar verlegen kann sieht doch genial aus so moment der kommt noch weg so den da rein aber das geht leider nur mit den minecraft fackeln wenn wir da jetzt zum beispiel diese nimmt dann sieht man ja das cover kriege ich da nicht an die seite rein das ist ein bisschen doof aber hier mit denen geht es sehr schön so die anderen fackeln lasse ich jetzt erst mal stehen ich möchte mich jetzt erstmal hinlegen so hier schmilzt noch ein bisschen eisen durch das ist auch gut so das soll es auch so und das muss es ja auch und hast nicht gesehen so er ist noch mal eine runde prof legen so oder dann machen wir weiter im programm wir haben ja noch ein bisschen was vor eine erz verdreifachung und sowas aber ich glaube ich muss sich vorher mal um eine energiequelle kümmern deswegen wollte ich mit euch mal noch so ein paar solar panels erst mal bauen das ist ja so ein so ein hier advanced solar generator ja gut gucken wir erstmal hier solar panel ist eigentlich gar nicht so schwer ein bisschen ausmium enriched alloy und paar dinge aber das ist eben viel zu machen und hier energy tablet ist auch nicht besonders schwer es passt schon was holraum ist das deutsch oder englisch ich weiß es nicht wir könnten natürlich auch hier bio generatoren nehmen aber dafür warum erst mal biofuel und dafür bräuchten und quascha und ihr habt ja gesehen biofuel wird aus setzlingen oder aus seeds hergestellt äpfel gehen natürlich auch shrub geht pumpkin seeds gehen karotten wheat potatoes oaks zepplinge brot geht sogar krass aber was gibt denn wheat wheat gibt vier ja toll dann ist es total unnötig so sugar canes da sind wir wieder am anfang ok könnte man machen aber dafür bräuchten wir noch eine kleine farm mit baumfarm die soll irgendwann mal da hinten hin ja aber dafür braucht man auch wieder energie ne deswegen möchte ich jetzt hier erst mal ein bisschen solar energie anfangen und was ist denn hier noch ne da ist gar nichts mehr da ist noch ein bisschen kohle das und das kommt erst mal da rein ok und hier können wir dann die da reinpacken und die da rein da siehst du schon ist hier dunkel warum ist jetzt dunkel äh da drüben ist auch nicht dunkel verstehe ich jetzt nicht naja komm packe ich die erstmal dahin so solar generatoren das heißt wir brauchen noch ein bisschen osmium dazu muss ich aber erstmal ein bisschen osmium schmelzen äh ne da osmium da nehmen wir mal einen halben stack den können wir mal durchjauchen und dann nehme ich auch gleich noch das eisen mit was jetzt mittlerweile auffällig sein müsste ja habe ich jetzt auch mal ein stack genommen ja gut das reicht noch auch mal ein stack durch gejaucht und ja ich war ja ein bisschen farm also ist es ja nicht ich bin ja nicht ganz faul so jetzt gucke ich noch mal wir brauchen pro solar generator drei stück und pro drei stück brauchen wir drei osmium ja guck mal ein wird schon neu so dann brauchen wir schon mal 3 3 nehmen wir doch 3 genau 5 6 7 8 8 pro solar generator wir brauchen vier stück das sind 8 16 32 34 ja dann erstmal durch schön ich nehme hier mal die speed upgrades raus und packt die da mal die energie upgrade zwar nicht natürlich und packt die da mal rein das geht auch hier ja okay wusste ich gar nicht okay er hat sie natürlich die ganzen generatoren am arbeiten bisschen kohle haben wir ja auch noch so das dauert jetzt leider ein bisschen wir könnten jetzt aber schon mal hier die solar panels fertig machen wir brauchen wir brauchen 6 9 12 ja zwölf stück das dauert hier was kommen wir noch energy tablets das können wir wenigstens mal so weit vorbereiten dass wir die energy tablets fertig bekommen brauchen wir vier ja nur vier gutes sind dann zwölf kohle zwölf kohle sage ich zwölf euro gold mein gott ich nehme mal noch ein stack dingens mit ja genau das sieht nicht schlecht aus so machen erst mal noch die energy energy tablets vier stück so ja passt doch 1 2 3 4 also 3 4 nein 4 danke sonst brauchen wir acht von denen acht stück 9 sogar so zack 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 bumm fertig hätten wir die schon mal packe ich jetzt aber erstmal darüber weil die nehmen das unnötig platz weg so glas paints brauche ich dich noch glas paints glas paints glass panes wo haben wir denn die glass panes ich glaube ne da nicht falsche kiste ja da könnten ein paar glass panes raus bekommen 16 stück wunderbar so passt soweit redstone auch wieder hier 1 2 3 4 was brauchen wir da drei stück 36 12 danke das reicht auch noch nicht passt das dann auch noch nicht oh gott brauche ich noch mal so einen halben stack nein ach hier machst du mal richtig sagt 12 12 so die mal dahin die mal dahin aus mir und dann drei sechs auch wieder zwölf aber kommen hier 23 oder schon unterbärschen alle brauchen wir noch ein paar kabel aber da können wir ja letzte und kabel nehmen so das sind schon mal ja wo es also ja klar hat mich eben schon gewundert so zehn stück davon okay das passt auch fast aber nur fast ich muss ihn auch aufs osmium warten dies decken komischerweise immer aufs material warten müssen furchtbar furchtbar und was haben wir das da noch sechs drin so ach komm da können wir ja schon mal zwei fertig machen die drei sogar so 8 osmium das brauche ich auch noch mal 4 4 4 8 dann habe ich jetzt gar nicht gedacht so die erstmal daran dass da die tablets kann ich schon mal nehmen 1 2 3 4 dann auch noch aus mir um komplett vergessen bis dahin eisen 1 2 3 4 1 2 3 4 3 ok und ja genau jedes gekraschte noch so sechs stück hätten wir schon mal das erste solarpanel solar generator sogar und das ist ein advanced solar generator so möglich aber beim beim shift m in advanced solar eher der direkte absorgt das suns grace ms wird little lost to to choose energy ort das auch ganz tolles englisch gewesen so was von also das besser so was hatten unser krascher vier stück hat er okay können wir noch mal zwei bauen und dann müssen wir ihn noch mal die pendels bauen so zack 1 und 2 dies denken natürlich mal wieder nicht die paket ist aber auch erstmal daran so den kann ich auch mal da reinpacken noch ein bisschen stahl wissen weisen ist noch mal mit so du und hier hier so wir waren jetzt noch mal die pendels ja ja passt doch wunderbar ist halt wann geht denn das geht ne der geht natürlich nicht so zack 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 ne ganz warum okay fast aber nur fast so wunderbar können wir den schon mal da reinpacken packen die drei nee nee da da und da und dann nochmal gucken okay cool unser erstes solar advanced solar ja toll wo packe ich das jetzt hin ach komm ich packe es erstmal hier nein nein da ja so sieht jetzt so aus ist ein bisschen groß aber macht nichts ich muss jetzt erst mal petten gehen wisst ihr was da in dem hütchen ist auch noch ein bett dann muss ich auch nicht immer immer so rennen so zack ist zwar ein bisschen doof wegen aufstehen weil dann stehe ich erstmal ihr seht auf dem dach mit schönen blick auf das solar panel so hätten wir schon mal ein solar panel so was bringt es es produziert 300 joul pro tic maximum output 600 joul pro tic kann man machen können lassen so der ist aber im moment ja 200 kilo joul hat er jetzt gespeichert das ist sehr gut habe ich noch die kabel einstecken habe ich nicht okay aber ja da haben wir noch 16 stück das gut bei dem mechanismen advanced solar panel ist es so dass da wo der grüne punkt hier ist also jetzt nicht hier an der seite oder sowas sondern nur hier vorne die energie abgezwackt werden kann so heißen naja egal 1 2 3 6 oder mal gebrauchen was brauchen wir brauchen den dann einen platz kommen nicht unbedingt den 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 ja genau das passt na so sehr schön gut das ist jetzt schon mal so weit vorbereitet für die fünf für die füge da immer wieder für fünffachungen ja klar wir machen eine verzehnfachung also wie tribolo immer sagt oh gott was wir jetzt aber noch machen müssen ist einen also haben wir den überhaupt ich hoffe doch einen aqueus ja da ist er doch hallo der marik servo zwei eisen zwei glas ein redstone haben wir doch fast alles auf der tasche nach zwei glas ein eisen zwei redstone natürlich andersrum na nee das war der verkehrte da habe nochmal die servo also ach so ja klar ich habe es noch gesagt und was dann trotzdem verkehrt so ein pneumatik servo ok passt dann brauchen wir noch copper gears dafür brauchen wir noch ein bisschen kupfer haben wir überhaupt kupfer bronze kupfer und tin und auch noch vier können wir den mal fertig machen und wofür wir den dann brauchen werden wir da wahrscheinlich aber auch ist das nächste mal sehen so erstmal zwei von denen na den da das da nein das da hallo jetzt macht es ja hallo man ehe zack 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 dann kriegen wir hier noch den basic frame raus den darunter den dahin da zwei glas und ein eimer da kommen wir hier ein eimer so schön aqueus akkumulator wo bauen wir den jetzt hin hier kommt ja das ding hin und dann würde ich sagen ja komm warum hab ich ein ei warum liegt da stroh ja ich weiß der war richtig konnten schlecht so 23 gut denn setzen wir dann mal dahin im moment macht er nichts so zack erst mal weg und dann nach oben hin ausgeben so ich habe noch zwei eimer da kann ich mir mal wasser holen ach komm das ist ja gar nicht so weit ne da nehme ich kein wasser weg da nehme ich wasser weg sonst kriege ich eine strömung und die folge hat auch schon hinter sich schade da einen da einen da einen da kommen wir da auch noch ein so und dann müsste ich jetzt eigentlich schon füllen ja da fühlt sich auch schon verdammt so wie wir das dann das nächste mal anschließen werden das ja jetzt sehen wir dann beim nächsten mal in diesem sinne ach so ja ihr seid unten ja gut macht nichts ich kann auch von hier oben ab oder reden in diesem sinne vielen dank fürs zusehen gehabt euch wohl haut rein und wir sind beim nächsten mal tschüss